Hallo meine lieben Leute und herzlich willkommen zu 2019. Ich habe hier gestern nichts reingestellt, dafür heute. Ja, wir haben einen Lieblingsgassi hier heute auf unserer Kamera. Ja, wir zeigen ihn mal. Vielleicht kennt ihr ihn ja schon. Moin meine lieben Leute, ich bin J.P. Ihr kennt mich wahrscheinlich von meinen Videos. Und wir machen heute bei ihm zu Hause eine Elfmeter Challenge. Ja. Und wer fang denn nicht an? Es ist egal, fang ich mal an. Okay. Haltest du die Kamera und zoomst einfach, oder weiß ich nicht, mach einfach das. Wir haben sich mal gedacht, ich zeige mal auf das Grüne da, wir machen das Grüne und stellen es genau da hin. Oder machen wir es so. Da hin. Und genau von da musst du schießen. Auf dem. Okay, passt das? So, hier ist das Tor. Wir haben schon ein blödes Tor. Die letzte hatte Salz. Hier schiebt das ganz genau an. So. Welche Wartung bist du denn? Das ist ja nicht egal. Ja, was willst du denn sein? Ich bin Salzburg. Was? Ich bin Salzburg, so. Salzburg gegen den FC Bayern München. Geht's los? Natürlich. Na, ist schon irgendwie ein bisschen nah. Oder? Es geht eigentlich in dieser Challenge um das, wer verschießt. Ja, also. Wer verschießt, dreht einen Punkt, der trifft und trifft. Sagen wir einfach, nicht 3,5 Meter, wer das erste 3 Tore hat, der hat gewonnen. Okay, machen wir's so. Ja, und was ist, wenn man verschießt, dann trifft man halt keine Punkte, oder wie? Ja. Okay. Natürlich. Die Kamera ist irgendwie richtig scheiße, du musst dich mehr... Ja, passt. Jetzt sieht man dich so. So, der Ball. Es geht los. Erster Schuss von einmal Friegers. Der ist im Tor. So, jetzt muss ich ja mehr im Tor stehen. Das haben wir... Hab ich gesehen, das war nur Probe. Wenn ihr wieder auch einen Probeschuss machen. Jetzt muss ich ja mehr im Tor stehen, als wäre. Ja. Aber ich tu das jetzt guter. Wir könnten's ja so machen, nach den Probeschüsse könnten wir ja einen Cut machen und dann beim nächsten Mal weiter machen, beim nächsten Mal. Ja, stimmt's. Geht's? Ja, ist gut. Der Ball. Und da ist auch drinnen, ist drüber gegangen. Und... 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 Achso, nein. Ganz viel Dank nicht. Dann, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bye, bye. Ciao. Ja, Leute. Ähm... Guckt auf meinem Kanal vorbei. Ich schreibe es in die Kommentare und dann... Gib mir für mich einen Dauerruf. Ich habe ein 5 Abonnenten-Special gemacht. Ich habe jetzt 5 Abonnenten erreicht. Okay. Ich will's den erreichen. Und das war's dann von meiner... Bei der... Bei der... Von dieser Folge. Und dann sag ich mal... Wie... Mein ganz, die lieben Spruch. Tschö. Mit Ö. Also, ja dann, Leute. Danke für 8 Abonnenten. Hab ich noch gar nicht gewusst. Also, ja. Dann zeig ich mal, liebe Leute. Danke fürs Zuschauen. Und dann... Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.